Ähm, Guckerei. Sehr schön. Bibi! Hast du auch nicht viel verpasst? Hm, da haben wir progresiertes Kupfer. Bup, 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 Gold. Okay, dann müssen wir nämlich mal wieder die Öfen anheizen. Damit es hier mal wieder weiter geht. Wird nämlich keine Kohle mehr. So, was mache ich jetzt in der Kokserei? Dazu brauche ich jetzt auch wieder Kohle, ne? Ah, warte mal. Auf der 7. So, die haben wir. Guckerei. Okay. Okay. Also, ich kann hier auch Holz zu Holzkohle verbrennen. Okay. Ja, wie gesagt, die Mots sind noch relativ neu. Da kennen wir uns im Moment noch nicht aus. Ne, die hat ich, glaube ich, hier hinten hingeräumt, ne? Ja. Mammutbaum Rinde schmeiße ich da jetzt mal rein. Mal gucken, was passiert. Äh, da. Ach, kann man da? Ach, das wäre ja geil. Nein. Nein. Okay. Da muss ich mir mal Holzstämme holen draußen. Ich muss mal gucken, ob das was wird. Ich habe so gut wie nichts mehr zu essen. Fällt mir gerade auf. Muss ich mal Holzfam gehen. Ich werde dir dritteln, 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 dritteln. Okay. Hier. surfing. So, diese ekelhaften Gummibäume kommen jetzt aber weg, die mir so ein ganz klein wenig auf den Sack gehen. Ah, da drüben ist noch einer. So. So. Gute Nacht Bäume. Eure Zeit war schön. Tralali und tralala, wenn ich fertig bin, ist nichts mehr da. Ah, ok. Aber am besten ist der Mann noch. Das sind die Trado-Server. René, hast du gerade einen Spendenlink von Martin zur Hand? Spendenlink von Martin? Ne, den habe ich gerade nicht zur Hand. Ich nehme mich auch nicht. Das ist das Problem. Ich sollte mal kurz hier am Kasto gegen den Kopf werfen. Müsstest du eventuell bis morgen warten, weil ich habe, es ist jetzt nicht mein Account, auf dem der Server läuft, sondern der von Martin. Und der ist ja schon AFK. Also da muss ich dir leider die Antwort schuldig bleiben. Ähm, Name von Martin ist Devil Farmer, ne? Ähm, wie der über die Trado heißt, kann ich dir gleich sagen. Okay. Und zwar heißt er bei Nitrado. Von der Name nicht komplett angezeigt. Äh. Von der Schwachsinn. So, ich habe hier ein klein wenig ausgedünnt. Warte mal, wir können das auch anders machen. Stimmt. Äh, rein theoretisch müsstest du auch über meinen Spendenlink machen können. Und ich schick's dann, äh, oder so. Ist deiner jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, das geht auch. Ja, meine Account ist ja eben mit Isai verbunden. Ja, eben. Gummibaum, Eichenbaum. Ah, so geht das. Gummibaum, Eichenbaum, Birka. So, hier wird rumgegokst. Nochmal einsteigen, nochmal mitfahren hier alle. Eichenbaum, Eichenbaum. Na, hier ist es, schocken. Ja, es ist, Closed. Es war lustig. Also, ist das mal nicht. So, Holzkohle. Was mache ich jetzt mit Holzkohle? Die Holzkohle müsste ich eigentlich auch zum Block machen können, wa? Delacroix. Äh, Teeröl. Wie fülle ich denn das Teeröl ab? Brauche ich da Glas dazu? Da hast du da Eimer. Okay. Wie gesagt, was mache ich mit der Holzkohle? Oh, ist doch schon ein bisschen was zusammengekommen. Äh, willst du irgendwann mal Towncraft machen, René? Ne, ne? Ne, ich mach grad bei der Magic. Kommt der ganz raus, nehme ich weg. Ich hab ja Blutalltag alles schon stehen. Äh, Kasso, da musst du einen gewissen, ähm, Betrag auf dem Konto haben und ich glaube, ähm, es muss mindestens ein Euro oder so sein, oder? Doch, doch, muss ein Euro mindestens sein, ne? Doch, ja. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, da kommen die Setzlinge und das Gummi rein. Ich hab ein Ei, ich hab ein Ei, ich hab ein Ei. Puh, ein Spion. Wo? Von den Hühnern. Hier, meine geheime Magie-Ecke. Huch! Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aicha, Aicha. Oh, grad, die Blutalltag, Level 2. Ja, komm, das passt. So, wir haben wieder Holz. Und es regnet. Und es regnet. So. Ich muss jetzt noch mal nachgucken. Nach der Guxerei, was war da? Der Hochofen. Ach, da brauche ich jetzt Lohnstaub und Netherziegel. Das heißt, wir müssten das Nether-Portal demnächst gießen. Oder bauen. Ja, meine Idee. Weil ich brauche auch Lohnstaub. Ja. Ja, das einzige Problem, ich habe noch keine Rüstung. Ich habe auch noch eine Rüstung. Ach komm, Yolo, wir schießen drauf. Also, ich habe mir aus Rubin eine Rüstung gecraftet und habe komplett voll. Der Patrick ist ja noch da. Die Rubin-Rüstung ist auch gut. Rubin haben wir oben noch. Rubin-Rüstung, okay. Warte mal, ich bereite hier erstmal vor. Also, das wäre so ein kleiner Tipp von mir. Genauso wie das Rubin-Schwert. Hm, da habe ich eigentlich schon ein relativ gutes. Danke. Also, das Rubin-Schwert macht das 7. Hm. So, dann wieder ihn hier. Dann wieder ihn hier. Runter. Gutes. So. Wo haben wir denn die Rubine? 31 Stück, da müsste ich mir fast eine komplette bauen können. Normalerweise brauchst du nur den Link anklicken. Hast du. So, warte mal. Ich habe geschickt. Ich möchte nichts hören. Jan, bist du sauer oder warum bist du so rot angelaufen? So was will ich nicht hören. Was hat mein Schwert für Angriff einherz? Warum bist du so rot angelaufen? Halt die Klappe, Patrick. Warum? Hä? Was warum? Hä? Du bist doch festgewachsen. Äh, festgewachsen. Die Braust für den Schalten. So, dann gehe ich mal schnell ein bisschen, äh, Opsifarm. Sollte mir dafür dann vielleicht doch ein bisschen Wasser mitnehmen. Da ist der Heimer. Und wirken nach unten, äh, schnell Wasser abholen. Zwar hier. Ich glaube, ich gehe in deinen Gang, René. Oder ich gehe hier lang. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wa? Äh, ja, grabe ich hier frei. Einmal. Zweimal. So, wo ist es, Opsi? Toll, ich habe vier Stück, ne? Bringt's ja voll. Alter, René war hier wieder aus, Jan. Fuck. Fuck. Aah. Ah, Redstone. Geil. Den könnte ich natürlich brauchen. Kling, 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 Kling. So, Freunde. Nein. 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 Auf der einen Seite hat es so gut geklappt. Oh, leck mich doch. Sonst wo? Da wo die Sonne nie scheint. Scheiß Teil. Scheiß Teil. Da ist ja auch noch Wasser. Alter. So, jetzt. Was ist jetzt irgendwie... Creeper. Na ja. Halbes Herz. Geht. Zehn Stück reicht. Aber damit mir hier niemand in dieses eine einzige Loch fällt... Du wirst mich doch verarschen. Na ja. Als allererstes nehmen wir uns mal das Redstone mit, wir brauchen nämlich Redstone. So. So. Jetzt Lauf, Schlampe, lauf. Nimm das Uran mit. Nimm das Redstone mit. So. Und lauf nochmal. Und nimm dieses Redstone auch noch mit. So. Weil jetzt hast du... Über einen Stack Redstone wieder in der Teich. Nun hast du ein bisschen Redstone. Schalalala. Äh. Wo baue ich das Portal? Ja. Am dümmsten. Ich glaube hier drüben. 수 Was ist das? So, René, hast du Lust auf Nether? Das Portal ist an. Oben, wo die Werkstatt ist. Wo baue ich denn die ganze Zeit? Ach, in der Nähe von meiner Geheimecke. Genau. Okay. So. So. So.